hallo und willkommen zurück bei age of wulin ich bin maru und wir sollen zu mao ying lassen uns doch mal hin laufen anscheinend hat sie jetzt den weg verloren can be submitted und schicken uns der post anscheinend kann man offline ist sich punkte verdienen man kann sich also einen job aussuchen sozusagen das ist keine post ein job aussuchen den man dann über die nacht macht und dann kann man sich halt so kommen irgendwelche punkte verdienen mit dem man irgendwas machen kann es ist ja vielleicht finden wir später noch raus was das ist ich weiß es kann man überhaupt nicht steht hier hoch scrollen wir haben 11.893 cultivation point durch offline erfahrungsumwandlung erhalten okay lassen sie mal laufen kann ja nicht so weit sein ich weiß ja nicht wo er in den mailbox ist kann ich mich anzeigen lassen karte message box jetzt mal in dem tempel kurz angerämpelt so muss das sein okay glaubt was passiert ist wir kriegen dafür irgendwelchen kram wonder woanders sieht anyone has any problem wenn sie wenn sie keine haben kannst du welche versuche verursachen ja schön wir sollen uns hier irgendwelche quests suchen der scheint eine quest zu haben weil er nicht markiert sein die können divinationen lernen muss man das dann auch sein mag der tisch ist massiv mit unsichtbarer wand der verkauft auch irgendwas und hier runter ich glaube ich bin jetzt zu einer quest hin vielleicht jetzt hier eine quest die ich machen kann ähm na klar was ist jetzt wohl das ziel diese roten punkte scheinen als ziel zu sein hm hätten wir doch die quest durchlesen sollen was kommt davon die braucht wohl hilfe gut ähm wir sollen wohl einen dach holen noch näher achso wir dürfen nicht runterfallen aber wir können hier geben hier ah wie ein licht skill das mag sein vater überhaupt nicht hihihi verkaufsperson ok laufen wir zu zu fängen hoffentlich kommen wir bald mal aus dem tutorialgebiet raus dass wir mal anfangen können äh mups zu kloppen ich bin mal gespannt auf das kampfsystem ich finde ein bisschen zieht sich das tutorial jetzt schon das hätte man auf jeden fall äh ach das sind die waypoints auf der karte ah oh da fällt mir was auf entschuldig bitte na müsst ihr auch wenn die karte sehen könnt in die janju villa sollen wir laufen und zu zu fängen da lautes wasser ok und hier ist er alles kostet geld ok wir sollen einen jäger fragen ob er irgendwas hat dann laufen wir doch zum jäger ach ist das angenehm wenn ich selber laufen zu müssen das wasser ist aber extrem laut das kann nicht mehr lange dauern das kann nicht mehr lange dauern mit animations mäßig ist die laufe ganz ok wenn wir jetzt einen haufen kram was den kram angeht kann entscheidend equipment reparieren hmm going to auch da oben so villa ja hat euch wundert deutsche sprachausgabe gibt es noch nicht soll aber nachgereicht werden irgendwann und 13 leuten reingelaufen hast du auch davon wenn du auf der wegroute bist von durchreisenden questern dann hier mal auf den malen chat umschalten die mpc-texte sehen können ich wollte gerade sagen warum läufst du nicht weiter kleine also läuft er weiter da ist doch der jäger wenn wir echt hunde fangen ich hoffe nicht hast du frisches fleisch ähm ich hab extra fleisch aber ich hab mich gefallen ich glaub die hunde werden mich angreifen also ich weiß äh trotzdem nicht das zu senden ähm dann die hunde töten juhu angriff also ich spreche für Shen nu ok was hast du mir noch zu sagen ok wir haben Swing Darts ok wir haben Swing Darts wir Equipen ok also wir Equipen ok haben wir ein manual so schmeißen wir die lernen wir sie neue fähigkeit ach man willst mir noch mehr erklären hier okay okay wenn you use a concealed weapon to attack it can be released freely is an all construction in it try to use throwing dart normal attack move to five move to fire throwing dart try to use iron smashing to attack the mad dog if you lose the drawing dart you can get new ones halten wir sie mal ok kann sie looten nein sprung und zwei hunde getötet jetzt abgeschlossen ok laufen weiter zu k.o.k.i. ist ja nicht weit ok wie kann man sowas lernen ok was wir machen so ein linksklick auf diesen knopf drücken dann kultivieren wir irgendwas so ein internal cultivation ist a basic cultivation method da kann man fähigkeiten trainieren und skill level erhöhen ok und hier draufklicken ok oh was macht denn geiles da ok wir haben internal cultivation gelernt schön ok danke für den rat was sollen wir machen für den kartreifer oben legen wir boah hi ok wir haben sechs irgendwas die schaolin mönche die wudang imai beggar schula das sind die klassen das habe ich schon herausgefunden ich glaube ich habe mich dann entschieden die schwertkämpfer zu nehmen wo sind die schwertkämpfer das sind die schwertkämpfer es gibt aber noch die bösen ähm ich glaube die beiden und die neutralen und die guten die bösen hier los zur sabre technik das sind die bösen schula sind die ähm heiler wenn ich das verstanden habe ich habe auch schwer technik also ich allgemein aber ich werde die wudang nehmen die netten schwertkämpfer das sind die sekten ok ähm wir haben eine gute sekte und zwar die wudang damit werden wir jetzt gleich ein schwertkämpfer ist das nicht klasse ich möchte da einer sekte beitreten ich glaube sekte ist hier der falsche begriff aber egal ich möchte mich mit dem bare hand angreifen empty move achso also wo wir wohnen sozusagen ich habe gar nicht so angeschaut ähm das verschiedene auktionshaus sein das ist der item shop ähm 10 gold für irgend sowas wie macht das das pokotens meddates auf den lieferlichen handouts auf poisonous herbs und insekts so wie kann man irgendwas lernen sonst gibt es noch gar nicht so viel ist ja noch die open beta aber man kann sich schon VIP pass kaufen sozusagen für wahrscheinlich bonus xp und bonus fähigkeiten und alles wozu herrenst du so lang mädel ich weiß nicht was er hier möchte also was dieser schlenker sollte hi ich habe die wudang ganz toll gefunden und möchte beitreten erzähl mir was du kannst erst möchte ich mich entscheiden The way that can be told if it's not of an unruhring way hm das heißt ich muss mich jetzt hier durchraten ok ähm ich werde mir das jetzt nicht durchlesen ok das war doch richtig ähm takes the script takes the script wir haben jetzt ein neues Buch gelernt hard protecting skill was macht das ne taiji attribut bei 20% irgendwas ok activate this script was the basic internal mind skills obwohl dank it was developed based on the book changes fast as a thunderbolt ok danke für die leise ich habe es jetzt verstanden compilation du bist nun äh level 2 mit sitzen und vergessen ja meister kultivieren practice martial arts please select the kind of medicine to use use silver to practice martial arts ok das dauert jetzt 44 minuten ok los geht's ok lernen wir eine schwertechnik friendships startet uuuh ok ok ich möchte hier was lernen ähm ja er hat ein paar sachen gelernt ich bin mir sicher dass ich das lernen möchte warte Inventar warte auf unserem Inventar wuffelback ne hi danke weiser ähm press b the open package und equip your sword hier oben ok ok learn learn infinite awareness learn through winged off the river ah ok hallo martial uncle hallo hab sie gelernt ok jetzt sollten wir irgendwas hier testen ok ok ähm press b to open pack on the quid belongs to to learn sweep away corruption ähm ja wie gesagt new message achso das ist unser sekten chat sozusagen jetzt ziehen wir sie mein skillbuch wenn ich jetzt herausfinde wo das ist äh hier single sword routine achso wir haben es an da haben wir die cool wind technik ok sonst haben wir jetzt haben wir alles schon ok 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 aufladen können wir so einen schwertschlag machen das ist dann so einer ok das ist so ein block move und das ist so ein ultra move wahrscheinlich ne ok oh ok ok ähm wir sollen irgendwas noch lernen xin 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 achso wir sind zu einer einer person laufen ok aber wir haben schwert kampf gelernt und wir haben so ein cooles schwert update mirail das ist gar Glory advöl hi ok blocken Ah, Attacke. Okay. Ich glaube diese Fähigkeit und diese Fähigkeit decken sich dann irgendwie den Kostos Rage? Nein. Master, ich habe Sparrowing gewonnen. Lachen wir, sind ein bisschen errötet. Ja. Okay. Wir haben einen neuen Move oder was? Lernen. So, den probieren wir aber noch aus. Nur kurz reinziehen. Wir haben jetzt Eliminate Vice gelernt. Schützen. Hier. Das ist jetzt ein Rage Move oder? Genau. Wo ist er denn hin? Den würde ich jetzt noch ausprobieren, den Rage Move. Okay. Hier müssen wir blocken für Rage Moves. Na komm. Na. Da liegt die Rage jetzt durch den Drophorn auf. Na. Angel 29. 34. Locken wir wieder. Und 50 Rage. Okay. Haben sie besiegt. Verdammt. Warten wir mal zum Angreifen. Nein. Egal. Das werden wir bestimmt auch in dem nächsten Part nochmal ausprobieren können. Bis dahin. Tschüss. Stehen. z cite sterben lassen. Schüsse.